Musik Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Lenz, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch. Und zwar heute wieder mit der Eisendrache, mit dem nächsten Easter Egg, und zwar dem zweiten Easter Egg Song. Den ersten habt ihr ja schon gesehen, das Grammophon Easter Egg. Und falls nicht, findet ihr bei mir auf dem Channel oder klickt einfach hier auf dieses Bild. So, aber dieses Mal geht es um drei Teddys und den ersten habt ihr gesehen hier vom Anfangsraum aus. Geht ihr zum Chaganoag und auf der anderen Seite aktiviert ihr Teddy Nummer 1. Teddy Nummer 2, die Location kennen wir schon bereits von den Grammophonen, wie gerade erwähnt. Da rennen wir einfach wieder in den Turm, wo scheinbar Maxis mit Samantha gehaust hat. Wir gehen wieder in Samantha's Zimmer und ja, hier können wir das Grammophon sehen und hier ist Teddy Nummer 2. Auch den aktivieren wir, wir hören einen Sound und wissen, alles richtig gemacht. Und dann machen wir uns auf zum letzten Teddy. Den finden wir bei der Rakete. Das heißt, da geht ihr einfach runter zu den Ritualräumen, da könnt ihr dann den Teleporter finden. Da teleportiert ihr euch hin. Ihr könnt sehen, hier zu dem Bereich, wo die Rakete ist. Und dort findet ihr einen LKW. Dort dahinter ist der Teddybär versteckt. Und ich lasse euch die Musik jetzt noch ein bisschen da. Und würde sagen, viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich sehr beim Like freuen. Und ansonsten sehen wir uns demnächst mit einem neuen Gameplay. Hatte rein, euer Lenz. Bitteschau.